Sveshmild hat für uns bedeutet, so hart wie möglich, so schnell wie möglich, so unmilidiös wie möglich und ohne Kompromisse. Ein Lehrer hat mich dann auch mal angesprochen, so ein paar Wochen später, ach so, ihr habt ja da Mucke gemacht irgendwie, das war ganz schöner Lärm irgendwie. Wir wurden ja von vielen auch belächelt und ausgelacht und was machen die denn für einen Scheiß und so. Und da war der Zusammenhalt schon sehr wichtig. Langhaariger Kutenträger mit Lederjacke und Tralala, du warst ja Aussätziger. Like a Never-Ending